Oh hallo YouTube! Noch eine Folge PUBG! Wow! Zusammen mit Kai und Suluxmann und Franzi machen wir die Gegend unsicher! Hey! Ich bin auch dabei! Hey! Oh! Hallo! Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Oh! Ich würde lügen, wenn ich mich jetzt daran erinnern würde. Woran? Irgendwas war da. Oh, sorry. Hier! Ding! Contest! Irgendwas war da, siehst du? Ich meine, da kommt das hier. Contest! Unten rechts! Am Auto! Nicht mehr! Wo ist das bei mir? Wo klinge ich denn so komisch heute? Ich bin bei dir! Wie stark! Ich weiß nicht, warum ich dann bin mir hier oben, sorry! Wo denn? Unten, oder? Beim Auto! Richtung Auto sind die gegangen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach so! Ja, 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 das kann gut sein, jetzt verstehe ich was du meinst! Safe Swarm und Top! Mhm, 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 mhm. sie macht franz die dinge franz die schönen essen schöne rein ja was denn ich komme ich habe einen schlüssel ja okay alle alle das ist so frech es ist so frech dass ich richtig sauer bin grad okay beruhig dich kurz und das ist keine wahnsinnig gerade gehen rein lauf von hinten raus noch einer da fand sie noch einer da auch hier drinnen frage ich dachte berlin oder links ja hier drin stark wo ist der vierte ich bin über euch ich gehe zu kai ich habe nichts gehört kannst du mich anfassen fischi ja ich bin doch gerade auf dem weg deswegen hierher nur geflasht hier müsste eigentlich keiner sein oder das war ich glaube ich glaube der andere müsste irgendwo bei ich trotzdem sein irgendwo vielleicht da oder der hat hier unten ist hier unten hingegangen noch keine ahnung kein verwirrt ja die vector ist gut ist aber wenn du nichts drauf hast dann ist das eine sache kann aber schon rumgelaufen sein ja aber not like this business orange kommt ich bin mir mal es nie also nur ein pubg oh das hat sich gereimt ach so schlüssel ne da müssen wir hin aber erst noch kurz looten aber nur kurz richtig und richtig wie er mich nicht looten lassen wollte letzte runde hier sind zwei gegner aktiv jetzt hör mal auf jetzt lass mich die doch mit der bunten waffe töten ist ja das ziel mal wieder also ohne scheiß kannst du auch nicht nicht loslassen ne hier ist ein achtfach du musst auch mal los lass doch mal los ich habe längst losgelassen oh ich habe sieben first aid ich habe sieben energies 3er vestis ich brauche nur eine 2er vesti kann nicht loslassen ich halte mich fest der letzte 2er vesti hier oben looten und looten lassen naja so nimmlich so nimmlich chat chat hat recht ist ein notvoll gegen sie dong sie fisch die wand zerstörst endlich zuppeln in fortnite oh ja 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 oh ja mach das mal blöd da hab ich bock drauf das ist schon richtig tja wenn du fisch die mal bauen sehen tun würdest tige alter rastet richtig aus ich baue nicht ganze kamera wackelt du meinst die neuerdings legalen joints sag mal was machen wir denn da ich habe am ersten april angefangen und ich baue schon sehr gut kannst du mir das mal beibringen ja mach ich mal bauen bauen kann das nicht fortnets das noch nie gemacht ne ja ne warum ist schon wieder kein platz hier ach ok bald ist noch gamescom oder was ist noch der gamescom bald ist wieder gamescom oder naja bald ja guck drauf an vier monate wo waren wir hin in vier wochen ach zum raum oder grün ach zum raum ja haben wir ein auto zulux hat ein auto aber der ist eingeschlafen zulux ach hier ist noch ein buggy ne ich bin nicht eingeschlafen ich lass euch in ruhe looten nicht dass es am ende wieder heißt ich bin ready ha 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 jetzt macht er wieder eine beleidigte neger vor aus aber ich lass euch looten nicht dass ihr nachher wütend auf mich seid oh donny oh hilfe du brauchst hilfe ja oh shit hier ist noch wasser ich komm nicht zu dir hilfe jungs ja wir kommen auf mein marker angehalten need help assistance alles we are on the way wie viele wie viele wie viele wie viele wie viele an der check einer ach pull up den ich pull up den jetzt er fährt er fährt er fährt er fährt er fährt nicht er ist hinter der check er wird mich töten ich sehs schon ja ja du bist tot ja er tötet mich oder vielleicht noch nicht nice da kommt der ist er immer noch in der check ja ja ach er hat den gekillt ne irgendwo ist er den gekillt ne ich glaub meine smokeball hat ihn ein bisschen verstört immer noch secret room key ne ja ja sein ein mate ist schon vorbeigefahren also einer in einem geskinnten äh McLaren hätte ich fast gesagt aber hier neben dem Blue Seater da ich hab so Angst wenn mein Fischchen neben mir auch befährt mittlerweile zu Recht zu Recht völlig zu Recht ja ich weiß das ist auch nicht mal witzig gemeint also pass auf der könnte also der ist irgendwie so gefahren ok habt ihr den Blue Chip mitgenommen von seinem Mate nein sowas machen wir nicht sowas machen wir nicht ok ich schon hab ich jetzt vergessen hör auf ich werd da angeschossen guck mal deswegen was ist er ich seh nicht an dem Stein hier oben Urlaub so ein Penner in Low HP immer noch an dem Stein Jungle piekt mich ich seh ihn grad nicht Kai alles gut immer noch da Transmitter hier oder sie looten die beiden süß naja ich dachte ich hab vielleicht ne bessere Waffe mit der ich ihn da wegschneiten kann jetzt auf den Stein der läuft noch nach hinten weg der läuft noch nach hinten weg fähig weggelaufen oder gut gedrückt der läuft zum anderen Stein der ist an dem anderen Stein der ist an dem anderen Stein jetzt Fanzi komm wir fallen hoch Fanzi komm wir fallen hoch da war ein Transmitter hast du dich mitgenommen Fanzi ja hab ich hab ich hab ich der ist immer noch am Stein Fischkopf ja oh Gott der ist so low Knocked oh war nicht schlecht der hat einer Selfress no ich weiß das nicht das war doch das war doch das doch das Team oder nicht warte kurz jetzt kommt noch ein Auto das callt der für die er callt das für die dass wir auf ihn drauf sitzen alle daumen bei mir der hat das Helfer ID Alter hat der auf einmal seine Mates angewiesen ey ja ich nehm den Chip und hol den direkt er ist hier kein Platz für den Chip lol er kanns auch ruhig liegen lassen ist ja nicht so ja lass liegen dann lass ich liegen dann muss auch mal Ballast abwerfen die ganze Zeit nur noch was gibts da zu lachen ich hab nicht gelacht ok jetzt muss ich zweieinhalb Minuten warten die sind ja keine vielleicht auch nicht vielleicht kürzer wenn wir da sterben ich hab keine Zeit man was hab ich denn hier noch stehen ich hab noch Ubersalzbrezeln und Salzstangen oder ich hab noch Elephant Brezeln kennst du die Elephant Brezeln? ne die sind so mit Tomate Basilikum Zulux Vorsicht ich wollte dich nur drehen ich wollte dich einsteigen warum? damit ich essen kann ja dann solltet ihr das Auto wechseln ihr solltet das Auto wechseln ja mach ich doch gerade man bei Franzi nein aber Franzis Auto ist achso da ist noch ein Auto sorry ja sorry das ist unglaublich ey Mann wird da so laut dann direkt das ist immer unglaublich wird doch nicht persönlich Onkel Archie ja Killia Kai in der Lobby Null das ist definitiv nicht Killia Kai Onkel Archie oh oh wir haben glaube ich einen Cheater und sich von einer Killia Kai nennt ist halt Big Fan na aber meistens ist das so ein Account gewesen wer ist denn das? das ist schon vor lange her wow Jesus hat Licht angemacht weil Ostern und so Creator Code für die Planung das ist noch nicht kommt aber jetzt äh Profi-Spiel das ist ein Profi-Spiel aus Österreich ein Österreicher meistens wenn Leute so Namen nach machen dann machen die das aus dem einen Grund halt ach hier oben rechts oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott what do you be? Scheiße ich hab ich hab Munition rausgelegt damit ich den Chip mitnehmen kann dann vergessen die einzusammeln wer schießt? ich hab nur geschossen damit die Dinger da Dings wie dann zieht hier auch über uns Gegners ganz dringend Siebeners bei mir so viel ohlala wirklich Franzi ganz viel ja ich hab hier wild ihr müsst noch 30 Sekunden überleben schafft ihr das? oh dieser Kai ne? nee er macht ganz schön viel Druck ne? 25 ich sitze hier auf heiße Kohlen weißt ich hab auch Hunger Franzi ist am Essen mhm das macht mich nervös da lerse ich auch noch ein bisschen oh mein Gott wo komm ich jetzt hin? ist auch wichtig Essen aber ich kann bei euch landen das lohnt sich oder? ähm hier sind auf jeden Fall noch Waffen und so ja ok komm zu euch ich frag kurz nach wegen des Codes ok? wir sind über uns hallo? siehst du da was Kai über mich? hier in die Richtung? ich gucke mhm ne ok ich glaub da noch hoch schon mal kein movement ist auch irgendwie blöd dass man so ohne alles also mit gar nichts wieder zurückkommt oder? ist auch irgendwie weird ja ein bisschen oh hi oh doch es sind Bots hier ich hab ganz viel Spaß stark so guckst ich weiß buddy so jetzt bin ich wieder da Buggy echte Spiele on me all you bro all good der Fat Track ich hab noch einen Blue Zone Transmitter sehr gut ja doch die Bots mach silent mach silent das ist genau auf grün das tutel gerade auch Bots der ist genau jetzt hier ich seh ihn nicht wiegen Bäume er hat sich hingelegt ich knock ihn gleich ich werd auf mich mit geschossen ja von hinten er ist ganz down er hat von Apartments glaub ich auch kassiert hab ich den schon wieder geklaut frisch komm das tut mir super da ist vergleichst ist was oder? ja stimmt ja 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 hier grün aber nicht auf uns oder? doch doch auf mich haben die geschossen ja das ist ganz schön frech von denen ich seh den was macht der denn? das finde ich hat oh jetzt hat er oh ein jemand hat getroffen mit der Bolt Fisch alter ne das war ich nicht ich war es auch nicht lass es doch einfach so stehen ne warte ich wirklich nicht das ist ne wichtige Information weil vielleicht schießen ja noch andere auf die die gleich auf uns schießen oder so oh nochmal Brudi hör auf jetzt hör du doch jetzt auch zu schlau zu sein das ist ein komischer Tag guck mal hinter dir vielleicht kommt da jetzt jemand auch wenn du das meinst ne he 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 ach alter hier liegt noch eine 3er was ist der Paul aber die ist kaputt ist schon ok ich wollte eigentlich nicht weiter fahren ich ärgere dich nur grad Fisch ok gut alles gut na das ist doch ok auch Killyakai schlägt wirklich aber gnadenlos zu grad oh da ist ne leichte ich bin auf ne Mission ich bin auf ne Mission ich bin auf ne Mission ach da war ein Loot Drop oh die schießen jetzt auf mich irgendwo Richtung Gelb oh wie ehrlich jetzt ja ich steh ihn hier Fisch an nem Airdrops geht wieder zurück geht wieder zurück ganz knapp ganz knapp komm schon so lock komm schon lock komm schon lock heiligen jesus christus maria ey alles auf orange alles super mit silenz mini schon wieder gesagt wir haben eine mission ich lasse dich hier alleine verschneiden du bist beim auto ich weiß auch mit dem auto mit haben wir noch ein auto oder so in meiner hauswelt einer ist hier franzi auf der markt orange du musst mich mitnehmen ja damit ist darüber dass ich mal fahren ja der rich in der smoke ist da drin franzi also geh nicht zu weit vor unter uns links im compound muss auch noch was raus hier von orange kommt auch noch was neue orange ja was ist unser plan soll die oben pullen wir halten hier links in der tür wenn die häuser sind am marsch da kommen noch zwei leute raus da war eben einer links in der tür das ist gut ja schöner hit zwei sind wir haben ja autos hier wir können die so farmen ja du musst gleich von der kostet ja nur down der grün oder der gelb der gekostet ist hier bei orange der andere müsste gleich der smogt den jetzt der holt den wieder oder ich so recht von mir hat sie sterbt einer pikt immer noch high ground man diese boldinis kollege läuft nicht ja der heilt ihn wirklich ich hab nein nein ich hab kill bekommen warum spiel ich eigentlich bold ach man komm wir haben noch zwei leute hier oben bei orange 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 franzi hast du auto nee hab zwei gesunde beine weiß nicht ob wir die orange überhaupt noch spielen sollten weil das sowieso nach rechts geht noch slightly da waren aber leute wenn wir eine geile 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 dips hier die beiden ach man ey fisch naja warte wir warten noch noch paar sekunden nee rechts hier in Richtung orange oder so siehst du da irgendwas laufen da müssen die hinten links da wo die airdrop sind open field fisch müsste nicht einer hinter mir kommen ich halte sie hier ja ich sehe sie nie tot der ist weggefahren deswegen ich wollte ich nehm dich mit franzi ja ok der pikt kommt what ich bin down awm wo müssen wir pullen komm rüber zu mir pullen müsst ihr nicht die sind auf grün auf grün der ist aber hat gut kassiert da kommen welche gelandet auf die die sind auch nicht vollzählig vielleicht solltet ihr einfach da wo ihr seid spielen ich hab keine hände ja wir spielen hier wir haben mega posi du hast die gesehen franzi als grüner einer ist am air drop ja hat shots kassiert hexer 4x für 25 monate ja gesehen auch keiner da Kai andere ist hier vorne fisch 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 was ich pull es ab ich pulle ab ich pulle ab der ist so low hp rechts von dir rechts von uns ja ich pull ihn trotzdem ab den einen hier alter das kann nicht sein der ist 1 hp bei mir ist 1 hp wo ist der denn? der liegt vor mir vor mir in der kule liegt er da er liegt in der kule bist du vor franzi? mach das in ruhe fuck oh ich hab veraimt stark stark äh fischi hol nicht wieder ich hab blueschop ich hab blueschop transmitter ok dann markier ich noch schnell ah kann ich nicht mehr der war der ist tot der typ der ist tot der ist tot der gehört dazu ja das ist aber schön ich hab keine smoke mehr für franzi das ist aber schön ich dropp euch ich hab auch keine kannst du äh fischis äh chip holen ja gleich weil die zone kommt das ist 5 auf 6 wo ist denn mein auto hin ja oben hochgerollt weg hoch ich glaub schon machst du das dann? dann halt ich hier ja ja für fischi müsst ihr auch nicht jetzt ne boah tja tja das ist nicht so ein hack das gehört sich schon hm ich nocke welche im haus wahrscheinlich gleich für youtubes für youtubes einer nockt also hier ist aber leider auch drin also hier fast den shop vergessen hol das auto nur ran links die apartment schießen auch ja orange mark musst du kurz jemanden anrufen wir haben da dicke vier ist da ja noch einer nock stark und zwar genau hier fand sie und zwei sind in dem haus drin ok in dem hier blau genau und das gehören nicht zueinander die beiden der heilt ihn hier hinterm raum ich bin safe ich bin safe ich bin safe ich hab einfach nur HP ich hab einfach nur HP das ist Killer Kai und der ist nicht real glaube ich der Killer Kai wirklich nicht das ist nicht der Killer Kai und links einer noch smoke noch eine smoke das ist von der Nade 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 nein Franzi nein Franzi ich werd schon wieder verkauft weil wir holen das haben wir brauchen gleich wir brauchen CONTROL iği aus auf Welt escreve nach Folge wenigstens. Wie hast du das denn gekriegt? Ich habe vorhin Smoke ausgewählt und dachte, die wäre immer noch in meiner Hand. Das ist aber ne Date. Ihr wollt Rechtsklick-Smoke. Oh Gott. Wo kann man denn hin? Kai, gibt es da bei dir... Hier ist ein Leichen. Kannst du doch was smoken? Ne, ne? Ne. Ich habe selber den Überblick verloren. Brauchst doch keinen Smoke, glaube ich. Na, der Killer Kai, der Cheater, Dicke. Das ist nicht unser Killer Kai. Na, oh Gott. Ihr helft in der Lobby weg. Aua. Ich sterbe. Wo sind denn hier Leichen? Die pennen, oder? Weißt du... Achter. Einer noch bei mir? Ah, Hühnerstall, rechter Hühnerstall. Ja, ich schwöre, hat der auf mich geschossen? Ja, kann gut sein. Das sind drei Teams noch, ne? Pass auf. Fischi, siehst du die Eingangstelle bei mir? Ne. Okay. Ich dachte, du bist in dem Haus. Vorsicht, da ist einer drin, ne? Hä, LOL? Das ist der letzte Sammer. Hörst du mir nicht zu? Ich hab dich zugehört. Ich weiß. GGs. Sehr gut, Franzi. Sehr geil. Danke, Franzi. Danke, Franzi. Danke, Franzi. Gerne. Dann tanze ich doch mal, oder? Ah, schön. Tanze mal. Schöööööön. Die Nate, die die Runde entschieden hat. und Left-up und Bizkit-Folder an Schöööööön. Das war wieder eine tolle Folge. Abonnieren nicht vergessen. Back to back. Ähm ... Stellt euch mal vor, ich hätte nicht von einer Nate von Franzi, wäre ich nicht tot. Ich hätte eventuell 2000 Damage, aber nein, das lassen wir so stehen jetzt. Du willst dich lieb machen auf YouTube, ne? Ja, ist nicht schlimm. Bitte kommt nicht bei mir vorbei, ich, nein. Lass. Ich bin sehr toxisch. Zu mir leid, zu Lux. Tschüss YouTube.